Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, Jasmins Pläne für heute sind... Hä? Ja? Ich hab mir doch genau das Essen letztes Mal hier reingepackt. Wieso waren das nicht mehr da drinne? Ähm... Ja? Du, ich wollte mal eine Quest machen vom Händler. Hast du Lust, da mitzukommen? Nö, aber nett, dass du gefragt hast. Ja, 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 ja. Äh, wo müssen wir hin? Äh, kleinen Moment, ich mach noch ganz schnell... Nein, machst du jetzt nicht. Okay. Du hast mich gefragt und ich habe geantwortet. Achso, warte mal, jetzt weiß ich auch, was ich noch machen wollte. Ich mach jetzt grad ein paar Reparatur-Kits. Ja, das ist gut, das mach mal. Mach mal zwei für mich mit oder so. Oder drei. So, der schmelzt das ja nur noch ein. Scheiße. Zwei oder drei? Ey, ich brauche für fast alles jetzt hier ein Reparatur-Kit. Ja, das stimmt. Ja gut, dann kann ich das noch nicht einschmelzen, dann packe ich das erstmal hier in meinen Ofen rein. Also da in dieses Lager. Und wenn... Was lacht du jetzt? Ach, nur weil ich dumm bin. Ja, das wissen wir alle. Ja. So, warte mal kurz. Ich muss mal überlegen, was ich mitnehme. Ich hab, ähm... Statt einmal zu sagen, ich mach jetzt acht Reparatur-Kits, hab ich so viermal klack, 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 immer eins gemacht. Und dann hab ich mich gewundert so, wieso ist das immer nur eins? Weil du du bist halt, ne? Genau. Ist auch nix. Du kannst auch nix für... Du kannst auch nix für... Ich bin besonders. Dumm. Äh, graziös. Kultiviert. Naja. So, ich bin gewappnet, ey. Ja, ist so. Du hast... Nein, nein, ich hab nix gesagt. Ich bin kultiviert, ich trinke Tee im Sommer. Du bist dumm. Bist du fertig? Ja, meinetwegen können wir losstampfen. Ah, echt, ey. Boah, die Alte will mein Freund sein. Wo wollen wir hin? Da. Oder? Äh, warte, ich muss... Gott, oh Gott. Ich hab eigentlich auch noch Quests. Ähm, nein, hast du nicht? Hab ich wohl. Säubere das Gebiet. Hab ich genommen. Gebiet säubern und Lieferung zurückholen. Du wirst abholen, ich bin links. Säubern. Also meins ist da. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu deinem und dann könnten wir ja vielleicht mal meins machen, oder? Ja, dann mach doch meins mit. Ja, ich bin... Mach ich doch. Nein, musst du das nicht noch auswählen? Hast du deins ausgewählt? Hä? Ach so. Hast du dein ökologisch muskelbetriebenes, äh, Zweiradgedöns mitgenommen? Oh, ich geh doch zu Fuß da, die 300 Meter. Okay. Die haut schon wieder ab. Na, das wird sogar schneller als du, ey. Ich geh mit dem Fahrrad. Ich geh mit meinem Fahrrad und mein Fahrrad mit mir. Trag es in meiner Hosentasche. Hast du noch einen coolen Reim auf Tasche? Warte, ey. Nee. Ich bin voll gefuttert. Das hab ich auf Tasch. Oh, ich auch. Mein Magen tut leicht weh. Hm. Meiner ist auch so fett, ey. Ich kann kaum atmen. Mein Gott, stöhnt der hinter mir rum. Dein Magen? Na, mein Bauch. Mein dicker Wanz. Hm. Deine Liebesmurmel. Naja. Liebesmurmel. Du, äh, sexy Peel, ne? Das ist schon riskant, wenn man sexy rumläuft. Das ist schon ganz gut, dass du deine Erotik, äh, gut gepolstert versteckst. Und ein bisschen beschützt. Ich hab ne, äh, Schraubenschlüssel Stufe 6. Mhm. Geil. Lund verdient. Wieso, du hättest ja auch das Auto nehmen können. Es ging nicht. Warum? Weil... Da ist Flash vor mir gelaufen. Flash. Ja, ja, in einer Geschwindigkeit. Man hat nur Bietze gesehen. Ja. Ist er neidisch? Bisschen, ne? Das geht nicht. Wirkt so. Ja, pass auf. Ich durchsuche jetzt hier eine Mülltonne und bekomme... Nix. Gammelfleisch. Ja, ja. Plastik, Zement und ein Rohr. Ein Rohr. Du kriegst auch so, ne? Äh, ein Rohr krieg ich auch so, Jasmin. Lass ich mich ja nicht lumpen, ne? Lumpen. So. Richtig gut, ey. Soll ich dich schon an deiner, äh, äh, Questen hier, Quest... Ja, 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 alles wartet auf dich. Ich bin hier an meiner Frage. Ach, da wollte ich jetzt hin, du Ratte. Ha! Ja, rat mal, was ich abgestaubt hab, Alter. Nicht viel. Oh, was ist denn das für ein Buch? Drei Gammelfleisch. Ja, schön für dich. Soll ich starten? Hier ist die Quest. Ich weiß, wo die ist. Ich will doch nochmal was gucken. Mach doch. Hier ist ja im Rennen. Du bist zu weit weg. Oh, Nägel. So, jetzt darf ich. Oh, ein Buch, das ich schon habe, aber... Ich brauche Wünsche. So. Wo bist du da? Es sieht fast so aus wie diese Fake-Pfeile, die man früher im Kopf hatte. Oh. Er geht zur Tür, oder was? Ich mach ihm mal Weg frei hier. Oh, ist der geflogen. Ich liebe es, ey. Hast du ihn ohne mich zerstört? Ja. Der kann mich besuchen, und dann dachte ich, na, dann kommen meine Arme. Hm, ganze Action ohne mich gelaufen. So. Wo kommt denn jetzt hier noch einer? Äh, hier sind zwei. Kommst du klar, oder? Wieso? Kommst du mit? Deswegen, dann würde ich den Sand hier einmal abbauen, erst mal. Den steche ich ab. Michael Myers. Äh, du? Ja. Im Leben nicht. Absolute Killermaschine. Aber sowas von gar nicht. Selbst die Toten sterben bei mir. Ja, ähm. Oh, hier, Mann. Oh, ich hab Kaffee, Jasmin. Das ist gut. Können wir ein Kaffeekränzchen halten? Hast du Bock? Hast du Kuchen? Hast du gebacken? Dann kannst du einfach den Mund halten. Das wär schön. Hm. Was ist das hier? Ja. Hm. Was ist denn das? Äh. Mann, halt doch mal die Klappe. Was ist denn mit dir? Es fällt mir schwer, den Mund zu halten. Was bist du? Ne, bin ich nicht. Ich hab nur ein Schäbel. Wo ist der Hände wieder hin, ey? Ich bin hier immer noch im Wohnzimmer. Ach da. Ah, hier, Sand hier. Das ist Bruchssand, ne? Ja. Warum musst du da oft reinstechen? Das wird mich ja nerven. Ein Glück hab ich eine Stufe 6 Schaufel. Äh, hab ich auch, du Affe. Äh. Ich hab auch eine Stufe 6 Achse. Jasmin, der gehört dir. Du bist kein guter Bodyguard. Ja, weil, wie schnell ist er denn gelaufen? Toll, ich bin wieder infiziert. Ich musste aber ihm... Sag doch, dass der rote Augen hat. Äh, orange. Okay, jetzt brauch ich wieder Honig, ey. Oh, du kriegst die Tür nicht zu, doch. Hast du auf jeden Fall nicht gesagt, dass der schnell ist. Ja, du hast doch nicht mehr alle Mittel im Kleiderschrank oder was. Wo kommen die denn jetzt? Ach, die kommen manchmal? Oh, Lootback. Ey, das ist... Meiner, du Penner, ey. Jasmin, bitte. Nee, da werd ich ja garstig. So ne optionen Ausdrucksweisen tolerier ich nicht. Mieterfurt, hier ist ein Tresor. Was war denn überhaupt drinne? Schrotflintenmunition, ein Blutbeutel und irgendwas noch. Kannst du mal hier aus dem Weg gehen, Alter? Ja. Bitte. Oh, hier wird voll. Oh. Oh. Einmal Rohrbombe. Das ist ja Bombe. Diese Kiste. Da ist eine rote Kiste, aber ich trau mich nicht allein hier rein. Komm. Hm. Gibt's nur Rezepte. Wo ist denn hier noch einer? Ich hab da noch einen gehört. Äh, da. Oh. Oh. Alter, den hab ich ja... Alter, was stimmt denn mit ihm nicht? Der hatte orangene Augen, Jasmin. Wenn wir hier so langsam runterkriegen. Du hast jetzt nicht die rote Kiste leer gemacht. Nee. Alter, ich geh gleich wieder zurück. Guck mal, wie er hier so runterslidet. Nee, ich geh extra dahin. Lass mich verkloppen. Und du sammelst hier ständig meine Sachen ein, die ich fuhren will. Wieso lässt du dich denn auch verkloppen? Du kannst dich doch auch wehren, Jasmin. Weil ich vorgelatscht bin, im Gegensatz zu dir. Du bist doch ein großes Mädchen. Schon beinahe eine Frau. Jetzt hab ich aber... Ja, er schießt wieder. Natürlich. Na? Das ist nicht hin. Sterbe. Hä? Wo haut denn mich... Ah! Äh, ich musste kurz ein paar Band nehmen. Okay, ich bin wieder da. Aber wo ist die Action? Alter. Das gibt's doch hier nicht, ey. Was ist das für ein Haus? Was haben die alle genommen, dass die so schnell und stark sind? Ja. Ja, es ist abends, ne? Wir... Ja, aber erst 18,55. Wir Helden hier, ey. Boah, er schießt wieder. Bist du denn? Du hast recht, es ist eine Frau. Was für ein Weg hier, ey. Kannst du das auch machen? Was denn? Oh. Graf Dracula. Ist das eine komische Strecke hier. Ich hab gleich noch ein Buch für dich. Oh. Antibiotika. Oh, ich bräuchte was. Ich bin infiziert, aber erst einmal kurz. Okay. Ich gucke dir selber deins. Verdammt. Ach so, wir müssen ja auch noch was abholen hier, ne? Wo ist denn hier diese komische Tasche? Ja. Hallo. Hm? Ja. Hier. Du bist jetzt doch dein Buch. Hä? Ich wollte dir was geben. Hä, wieso hast du ein... Ach, cool. Grün. Toll verschwindet, weil ich nur 1,2% infiziert bin. Naja, aber... Ich werde eh nicht Honig finden. Ich werde eh nicht Honig finden. Ja, du hast ein geiles Deutsch, Jigga. Äh, Jigga? Jigga. Du hast ein geiles Deutsch, Jigga. Ich wollte Jigga sagen eigentlich, aber Jigga. Irgendwie kam Jigga raus, statt Digga. Ey, wo ist denn der Affe hier? Ach so, die Tasche ist... Du hast ein geiles Deutsch, Jigga. Scheiße, ich muss wieder nach oben, wa? Ach man, ich muss ja selber gucken. Oder? Ja. Ich hab meine Tasche. Uah, Stacheldraht. Ich muss nach oben, ich glaub's nicht, ey. Wo bist du denn gewesen? Äh, hier. Links im Raum. Und dann? Äh, da, unten im Fußboden. Äh, warum hatte ich letztes Mal eine andere Tasche als du? Ich weiß nicht. Verstehe ich jetzt nicht, ne? Ne, das ist schon skurril. Ja, das ist mir zu hoch. Wir sollten mal die Entwickler anschreiben, was dieser Blödsinn eigentlich soll. Oh, willst du jetzt wirklich rausgehen? Du hast recht, es regnet. Ich hab keinen Regenschirm. Ne, nicht deswegen. Wir haben's doch erst halb acht. Wolltest du noch zu deiner Quest? Ne. Oh, gebit da. Geh jetzt bestimmt nicht säubern, ey. Jasmin, wir haben Gewitter. Wo gehst du jetzt hin? Äh, Richtung Händler. Ah. Und dann müsste... Ey, hat der nicht schon zu? Puh, das ist ne berechtigte Frage. Jo. Aber der ist ja gleich um die Ecke. Man kann ja mal gucken. Kommt's nicht hinterher, oder was? Du machst richtig große Schritte. Du springst mehr als wie du läufst. Ja. Mach's zu wieder. Sonst kommen die rein. Es regnet draußen, ich könnte nass werden. Nein, ich zuerst! Äh, äh. Äh, äh. Oh, ja. Was? Was? Ja. Was? Ja? Was kriegst du? Eine Pistone. Äh, pff. Ha. Nix. Geil. Oh, endlich wieder. Ich komm langsam wieder. Mein Spiel, ey. Ja, hier, mach den Rest. Moin, Rack. Pissen mir auf, Kumpel. Ihr schafft da was für dich. Ja, ich krieg hier nur Schrott, ne? Robotikhammer, Fertigungsfertigkeit, Zeltschriftenpaket, Isoliermod, Bauplan, gedämpfte Verbindungsmod oder 10 Rohrbomben. Geil. Ich hab endlich meine Pistole wieder. Warum guckt der mich immer an, ey? Ich möcht das nicht. Soll ich den Robotikhammer nehmen? Mach doch, was du möchtest. Das ist deine Belohnung. Ja, ich komm, ich ne Nimm jetzt. Hab dich auch nicht gefragt, was ich nehmen soll. Ich hab's einfach genommen. Uh, ich könnte ein Taschenmotorradpaket nehmen, ein Pferdkampfmodspaket, geschmiedetes Eisen 50, eine Nagelpistole oder eine Werkbank. Oh, Werbbank. Ja, aber die kannst du ja selber bauen. Äh, theoretisch ja. Praktisch auch. Nagelpistole hat Stufe 60, ich nimm die. Ah, nee, was will der? Okay. Äh, können wir dir hier irgendwas verscherbeln, mein Freund hier? Äh, das hier hab ich hier noch da. Bisschen interessiert, ne? Ist ich schon. Äh, ja. Das, was wir direkt dabei haben. Ja, cool. Ich nehm jetzt mal keine neue Quest mit, weil sonst komm ich wieder in Verlockung, um die zu machen. So, jetzt brauchen wir nochmal Stein. Wo bist du denn? Brauchen wir nochmal Stein? Eigentlich brauchen wir immer Stein. Was bekommen wir, wenn wir Stein? Lemi-Optima... Jasmin? Ja? Wo bist du? Ich laufe nach Hause. Ja, ich seh deine Fackel, aber ich hab Angst alleine. Was denkst du denn? Ich bleib doch hier nicht um die Uhrzeit hier draußen, ey. Jasmin, warte auf mich. Ich hab hier skubile Gestalten gesehen. Ja, musst du mal schneller laufen. Nö. Kannst, kannst du nicht einfach schnell erwarten? Nö. Da kommen die ja zu mir. Mir dröhnt wieder der Schädel, du. Hä? Hast du keine Tabletten mit? Nö, und ich hab gestern eine Becher, weißt du? Boah, Aspirin auf Becher, das kommt nicht gut. Bin gegen Zaun gefahren, ich hab immer nur einen Tee. Mh, mh, mh. So. So. Das ist einmal rechts. Ich folge dem Licht. Doch ich find meine Ausdauer nicht. Hallo, menschliche Fackel. Du siehst aus wie so ein Bauerntölpel. Als wenn du auf so einen Mob gehst, weißt du? Mach ich auch. Geht noch, dass ein paar Leute eine Forke haben. Komm gleich. Sie ist eine Hexe, verbrennt sie. Ja, sie hat die ganze Ernte versagert. Oh, hier kann man Holz abbauen. Hä? Nein. Oh, hast du geflastert? Ja. Ist dir das aufgefallen? Nicht schlecht, ne? Alles in Waage. Ich hab das mit einer Schlauchwasserwaage erstmal ausgelodet. Hey, warum hab ich bloß gefragt, ey? Manchmal könnte ich mir selber eine reinhauen. Und dann hab ich mit der normalen Wasserwaage jede einzelne Platte verlegt. Ah. Hier. Hahaha. Oh. Warte mal, warte mal. Geil. Bleib mal stehen. Hier, warte mal. Ich will mal gucken. Jasmin, warte doch mal. Jasmin. Ich spiele hier raus. Nein, ich will wirklich mal gucken. Aha. Sieht dezent männlich aus. Geil. Ja, ist auch meine. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Äh. Moment. Patronen, Hülsen, unten oder oben herstellen. Jetzt. Hä? Die haben doch nur unten. Ne, oben ist ja auch eine Schmiede. Ja, meine. Wo ich beide Sachen eigentlich drin machen wollte, du. Ja, gut. Ich mach hier den Heizkörper rein. Machen wir mal, Patronen. Ja, ich schmelze da gerade was anderes ein, deswegen. Nö, alles gut. Müsste jetzt fertig sein. Ja, jetzt schmelze ich erstmal wieder Messing ein. Und dann, warte mal, kann ich dich schon herstellen? Hülsen. Wie kann ich denn herstellen hier? Äh, ich mach hier unten gerade 500. Ja, mach mal. Umso, ja, ist doch egal. Nein, ich, äh, informiere dich nur wegen Geschossspitzen. Ja, hab ich auch 566 schon fertig. Und 233 Hülsen. Ja, da sagst du nix mehr, ne? Bist ungleich, das geht nicht auf. Ja, und? Bin ja auch noch nicht fertig, du. Nase, ey. Nase. Zwergnase. So. Dings hab ich mir ja auch gemacht. Schießpulver. Lalalalalalala. Ah. Vielleicht hätte ich das auch mal mitnehmen sollen. Da sag ich nix mehr zu. Jasmin. Das ist mir zu doof. Du solltest auch lieber den Sappel halten. Okay. Jetzt spring doch. So, dat. Und dat. Das gehen auch noch. Das und. Bim, bim. Na, 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 na. So, dann können wir mal gucken. Was haben wir denn noch auf Tasche? Das brauche ich. Das können wir noch hier mit rein. Hier mit rein. Schmeißen. Äh, Rohrbomben haben wir gar keine mehr. Ah, ne, die hab ich ja zum größten Teil ohne sie zu zünden runtergeschmissen. Hm. Held. Der Held des Tages. Der Held des Tages. Heißt nicht Patrick Welles. Oh, ja, ja, Kompetenz. Gleich null. So, jetzt noch einmal runter die Mod wegschmeißen. Geil. Das haben wir. Äh. 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 Cool. Habe ich den Brechsalm fertig? Den könnte ich hier einmal 750 inwenden. Mh. So. Auch nochmal bruchsam. Äh. Unten ist auch noch was. Ja. Gut. Und dann habe ich noch eine geile Idee. Was machst du denn da? Nix. Okay. Äh. Oh. Jetzt habe ich nichts zum aufwerten in der Tasche, ne? Natürlich nicht, das muss ich später machen. Später, Peter, jetzt will ich mal mein Dopingmittel ausprobieren hier, um Steine abzubauen. Wie ist Dopingmittel? Ach, die Schokolade? Juhu. Da bin ich ja gespannt. Ich auch, warum habe ich nicht aus der Pfütze getrunken? Die Rohrzange kann ja in die Händlerkiste. In die Händlerkiste. Oh, ich habe diesen Fremdsprachkurs nicht belegt, was hast du gesagt? Die Rohrzange kann ja in die Händlerkiste. Deine. Meine, ja. Ich habe ja jetzt eine bessere. Ich rufe, was war das nochmal? Ach ja, sechs. Ich habe Stufe sieben. Hä, gar nicht. Die ist ja nur eine Zange drin. Habe ich in meiner Tasche. Was willst du denn damit, wenn du eine bessere hast? Eine Stufe sieben? Nee. Damit du anderen willst, wenn du eine bessere hast. Ich habe ja nur eine Stufe sieben. Nee, geht ja... Na, komm. Wem willst du verarschen? Ich. Ja, ich vergiss es. So, ich hau mir jetzt mal eine Schokoladentablettenform rein. Nennt man auch Drohung. Habe ich wirklich 20% mehr Ertrag? Oder zählt das nur beim Schaufeln für Leben? Richtig? Warum kackst du denn jetzt da was? Weil mir das nicht so vorkommt. Naja, wie dem auch sei, ne? Ich baue mal ein bisschen Nitrado ab. Ähm, Nitrado. Und Stein. Ach so. Möchtest du uns noch irgendwas mitteilen? Äh, ich benutze dafür eine Spitzhacke. Mit der Stufe 6. Also ich will nicht angeben, aber das ist eine Stufe 6 Spitzhacke. Mit der kann man spitzhacken. Ja? Ja, habe ich alleine herausgefunden. Wieso? Womit habe ich das versehen, der? Ich will ja nicht angeben, aber ich war clever genug, das alleine herauszufinden, Jasmin. Ja. Aber doch, ich, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ertrag, glaube ich, kriege ich raus. Ich habe jetzt 1,3 K, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du verstehst, was ich meine. Hey, wo war denn jetzt der Lumpen? Da, Lumpen. Ich bin in der Höhle, wenn du mich suchst, vorm Haus. Ich meine den anderen Lumpen. Ja, okay. Ja. Nice, nice. Hattest du denn eigentlich den letzten Freitag der 13. geguckt? Aua. Was habe ich geguckt? Äh, nicht Freitag der 13., Halloween. Welchen? Den allerletzten Teil, hast du den schon mal gesehen? Den du vorhin geguckt hast? Immer noch, na, glaube ich nicht. Kann ich das jetzt nochmal fahren? Nö. Okay. Und wie fandst du das Ende? Wiss ich doch nicht. Nein. Please. Wo ist sie? Hast du eine Schreierin? Jo. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Ich weiß immer noch nicht, wo die ist. Hauptsache, sie ist nicht bei mir. Jasmin, schießt du da mit einer Pistole? Sicher. Scheiße. Hast du denn einen Waffenschein? Mist. Hast du dich aus Versehen selbst getroffen? Und noch eine. Aua. Aua. Oh, hä? Gieß aber schnell. Ich hab ihr was von meiner Zauberschokolade gegeben. Ja, wo sind die anderen alle jetzt? Ich mach hier ne richtig geile Mine. Die machen meine ganzen Fallen kaputt. Ich mach eine gute Mine zum bösen Spiel. Ja, wer die da jetzt noch untersch... ...krieg. Äh, funktioniert denn der Robotikhammer? War die auf der Treppe? Ne, funktioniert nicht. Und das ist ne ganz dofe Idee. Die wollte gerade die Dings kaputt machen. Ach, weil ich ja in der Nähe bin. Äh, nicht in der Nähe bin. Ja, ja, der geht nur bei mir an. Ja, ein bisschen doof, dass du den auf diesem Holzding anstehen hast. Weil die hauen ein paar Mal gegen, dann fliegt das Ding runter. Ja, ich konnte ihn nicht aufwerten. Ich hatte keinen Hammer. Was hast du überhaupt, ey? Eine Spitzhacke. Mit der kann man spitzhacken, Jasmin. Ja, die bringt dir ja richtig viel, ne? Ja, zum Spitzhacken in den Bergen. Schön aufgewertet hast du, ne? Mit der Spitzhacke. Ja, ich spitzhacke mir hier gerade eine aufgewertete Höhle. Guck mal, wie ich den Stein aufwerte. Mit dem ich ihn mit der Spitzhacke spitzhacke. Deswegen war die so schnell ist es abends. Ich dachte, das wäre schon wieder morgens, ey. Kurze Nacht. So, ich bringe dann gleich mal ein paar Steinchen nach Hause. Du hast kein Zuhause. Achso, äh. Das ist mein Zuhause. Ja, ich bringe mal gleich ein paar Steinchen in das Nest, wo ich mich eingenistet habe. Wie so ein Parasit. Paradies, soll ich so sagen. Ja, Paradies. Ich habe mich da wie ein Paradies eingenistet. Du fühlst dich viel wohler, wenn ich da bin. Hm, hm. Meine Anwesenheit ist wie drei Wochen Strand am Meer. Durchfressen. Was? Durchfressen. Das ist doch jetzt an der Ostsee und so irgendwelche Viechers da. Im Wasser. Ja. Ja, die haben da irgendwelche... Irgendwelche Probleme, weil das Wasser zu warm ist. Und dann haben die da Probleme mit Algen oder irgendwelche... Öfter gewesen. Ja. Ich glaube, das war tatsächlich schon immer so, aber man hat es ohne Social Media früher nicht so mitgekriegt. Ich habe hier übrigens alles in der Mine. Blei, Nitrat, Stein. Welche... Wo bist du denn in welcher Mine? Ja, wo ist der denn? Na, da vor dem Haus, wo ich dir das mal gezeigt habe, das Loch. Da kannst du einfach reinspringen ins Loch. Unten ist Wasser. Irgendwie tut mir heute der Kopf weh mit den Kopfhörern. Sag da. Ich habe mich hier ein bisschen eingebaut. So, was wollen wir denn noch mitnehmen? Ich habe jetzt zwei, sieben Nitrat. Machen wir Nitrat noch auf drei, wa? Drei glatt. So. Blei auch auf drei glatt? Ne, ne? Das würde zu lange dauern. Aber so 2000 Blei nehme ich schon mit. Wenn ich so viel Blei hier habe. Ich war schon wieder auf zwei Steine, ne? So. Boah, das geht so schnell. Ich habe genau richtig gelevelt. Na? Ja. Er ist dem, er ist dem Ingenieur, damit wir die Bergbank und das alles haben. Und den Bergbau. Richtig geil. Wieso kriege ich kein Blei, wenn ich auch Blei haue? Ah, das ist ein Fehler in der Matrix, Jasmin. Fehler in der Matrix. So. Stein noch einmal wegnehmen. Gut. Ich habe jetzt erst mal 2000 Blei. Das sollte fürs Erste reichen. Und alle. Hepp. Yeah. Ja. Ui, 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 ui. Oh nein, ich habe zugenommen, Jasmin. Ich, ui, ui, ich passe nicht mehr durchs Loch. Hä? Da. Guck mal, wie schön ich hier komme. So meine ich das nicht. Ja, guck mal, wie schön ich hier komme. Hat er mich gesehen? Also, er kommt auf jeden Fall in meine Richtung. Oh. Du hast es leider nicht geschafft. Hey! Das war teuer. Hoffen die jetzt in meine Fallen, oder? Nein, der hat hier gegen meine Wand geschlagen. Ach, das geht ja noch. Blöd, Mann. Boah, ich bin richtig ausfällig geworden, eben, ne? Da ist ein Ding an deinem. Wie diese Luft, Mensch. Wie diese Luftwackelfiguren. Du hast ein Hirsch bei dir in der Bude? Kannst du den zerstückeln? Äh, nee, ich bin gerade hier bei uns an der Treppe. Bei dir. Boah. Ich habe dir gerade einen Hirsch gekillt. Ja, ich muss die beiden wegmachen, dann kann ich den. Ohne Pistole. Guck mal, was ich mit meinem Pfeil kann. Guck mal, der hält aber viel aus. Ah, gut gemacht. Bei mir in der Basis ist ein Hirsch. Ja, den habe ich schon gekillt. Wo denn? Ja, hinten irgendwo da. Aha. Im Loch, oder? Da, links. Rein. Hier, wo ich langgehe. Das sieht mich gar nicht. Hinten, einmal durch. Innen drinne. Der ist schon tot. Wie ist der da reingekommen? Keine Ahnung, der ist trotzdem schon tot. Ich habe doch gar gesagt, ich habe den erschossen. Ja, nee, das habe ich mitgekriegt. Aber wie ist der da reingekommen? Ich dachte, der liegt draußen. Äh, hinter dir kommt einer. Nein, nicht kaputt hauen. Mensch, das ist zur Arbeitssicherheit. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Boah, nicht. Wow. Nee, er hat sich kaputt gemacht. Oh, Jasmin, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Tragödie leben soll. Mein Kopf ist ja an der einen Seite so weh, ey. Oh, ich habe Gold gefunden. Geil. Äh, wie lange spielen wir eigentlich schon? Äh, 39. Ups, Salah. Äh, ja. Oh, ich werde mal der Gold wegpacken. Oh. Geil. Äh, ja. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Stein gesammelt. Wir haben ein bisschen Blei, ein bisschen Nitrat. Wir haben eine Quest gemacht. Das war alles in allem. Erfolgreicher Tag, würde ich sagen. So, dann war es das heute von uns für euch. Aber wir sind ja morgen wieder da. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.